Den besten Joghurtbereiter zu finden ist gar nicht so leicht, da die Auswahl groß ist. Vor dem Kauf müssen Sie sich zudem mit den verschiedenen technischen Daten sowie einigen anderen wichtigen Kaufkriterien beschäftigen, um das richtige Modell zu finden. Hallo, heute sprechen wir über den Top 5 besten Joghurtbereiter-Test. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich die Links im Beschreibungsfeld unten eingefügt. Lass uns anfangen. Beginnen Sie unsere Liste mit Nummer 5. Dieses Gerät ist zwar nicht günstig, dafür jedoch sehr hochwertig verarbeitet. Es besitzt außerdem viele nützliche Zusatzfunktionen, die andere Geräte nicht besitzen und es ist möglich zwei Temperaturbereiche einzustellen. Sie können so zum Beispiel zur Zubereitung von Joghurt 43 Grad Celsius einstellen oder eine Temperatur von 33 Grad Celsius auswählen, um leckeren, cremigen Frischkäse herzustellen. Dadurch bietet Ihnen das Gerät mehrere Verwendungszwecke und Sie können sowohl Joghurt als auch Frischkäse zum Frühstück genießen. Im Lieferumfang befinden sich sechs Glasbehälter mit einem Fassungsvermögen von je 125 ml sowie zwei größere 250 ml Gläser und zwei Käsetropfschalen, um den Käse abtropfen zu lassen. Auf Nummer 4. Der günstige Joghurtbereiter kommt ganz ohne Strom aus. Die Zubereitung erfolgt hier ganz unkompliziert mit 750 ml Wasser, das in den Bereiter eingegossen wird. Der Deckel wird anschließend verschlossen, damit die Hitze im Inneren des Geräts gehalten und verteilt wird, sodass der Joghurt später eine gute Konsistenz bekommt. Da die Temperatur mit der Zeit aber stetig abnimmt, benötigt man mit dieser Joghurtmaschine jedoch etwa 14 Stunden, um den Joghurt herzustellen. Das ist deutlich länger, als es bei elektrischen Joghurtbereitern der Fall ist. Dafür kann das Gerät aber flexibler eingesetzt werden, da Sie keine Stromquelle benötigen. Sie sparen dadurch Strom und können das Gerät überall nutzen. Für mehr Informationen, schau dir die Beschreibung unter dem Video an. Auf halbem Weg unsere Liste auf Platz 3. Dieser hochwertige Joghurtbereiter eignet sich für bis zu 1200 Gramm Joghurt und wird zusammen mit 8 Portionsgläsern A 150 ml geliefert. Das Gerät verfügt dabei über ein gut gläserliches LCD-Display, eine 18 Stunden Zeitschaltuhr, eine elektronische Temperaturregelung sowie eine automatische Abschaltung. Was bei diesem Modell von besonderem Vorteil ist, ist, dass es keine Einbutungen für die mitgelieferten Gläser hat. Sie können also jedes beliebige Glas, das von der Höhe her in die Joghurtmaschine passt, zum Joghurtmachen verwenden. Es können so zum Beispiel auch wegdulten Gläser mit 212 ml Fassungsvermögen verwendet werden, wenn Sie die 60er Plastikdeckel dazu kaufen und damit verwenden. Bei Nummer 2 Der Rommelsbacher Joghurtbereiter ist dazu in der Lage sowohl Joghurt als auch Frischkäse herzustellen und wird zusammen mit 4 Portionsbechern aus Keramik, jeweils 125 ml, und 2 großen XXL-Glasbehältern A 1,2 Liter geliefert. Das Gerät hat dabei 4 vorreingestellte Programme mit unterschiedlichen Temperaturen und konnte im Vergleich mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis auf sich aufmerksam machen. Sie können damit Naturjoghurt aus pasteurisierter Milch, Naturjoghurt griechischer Art und auch Sojajoghurt, Frischkäse und Kräuterextrakte herstellen, sodass das Gerät auf sehr vielseitige Art genutzt werden kann. Sowohl der Joghurt als auch der Frischkäse gelingen sehr gut. Vor allem der Käse wird sehr cremig und kann sowohl mit Lab als auch Sahne hergestellt werden. Beim Sahne-Rezept steht jedoch ein Fehler in der Gebrauchsanweisung. Die Abtropfzeit des Käses benötigt deutlich länger als 4 bis 6 Stunden. Sie beträgt mindestens 24 Stunden. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste. Der Severin Joghurtbereiter konnte sich in dieser Reihe als bester Joghurtbereiter herauskristallisieren und gilt somit als unser klarer Testsieger. Er wird zusammen mit 14 Burschensgläsern a 150ml geliefert und kann wahlweise als Gerät mit Kippschalter oder mit einem modernen Design mit Drucktaste gekauft werden. Das Gerät funktioniert am besten mit einem Liter Milch, 3,5% Fett, 125g Naturjoghurt, 3,5% Fett. Beides sollte vorher mit einem Handmixer vermischt werden und anschließend auf 7 Gläser verteilt werden. Danach wird die Mischung für 9 Stunden im angestellten Gerät gelassen und zuletzt im Kühlschrank abgekühlt. Das Gerät hat jedoch keine eingebaute Zeitschaltuhr, sodass Sie einen Handywecker oder einen Wecker für den Joghurt benutzen müssen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.